Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Link's Awakening Remake. Beim letzten Mal haben wir eine Pokéfigur gesammelt und jede Menge Rubine bei Boris verdient und haben uns dann dazu entschieden, die anderen Boris-Herausforderungen wahrscheinlich erst als Bonus-Missionen zu machen, denn es scheint nur Rubine zu geben, das ist jetzt nicht super interessant. Und heute wollen wir mal schauen, ob sich beim Angeln nicht noch irgendwas versteckt hat. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass ich das hier leider noch machen muss. So ungern ich das tue. Wow, nur kleine Fische. Das ist ja schön für meinen Rubin-Stamm. Also mir sind ein paar größere, wäre ganz nett gewesen. Manche sind bestimmt schon wieder nur neun Rubine von Wert, sodass ich Geld verliere dafür, dass ich das Minispiel spiele. und erfolgreich im Minispiel bin. Was ich immer noch eine ziemlich dreiste Designvariante finde. Ah, dann geht es jetzt wieder daran, diese blöden Fische hier alle zu sammeln. Ey, wir haben noch, äh, keine Blooper gesehen, weshalb ich irgendwie denke, dass es bestimmt irgendwie noch Blooper gibt. Vielleicht hat der dann einen Blooper, unsere letzte Muschel oder so. Der ist 20 wert, schön. Ich habe mir das damit schon mal Profit gemacht. Ach, bei dem Kleiden, die müssen uns nicht wirklich zurückhalten mit dem Einziehen. Nur wenn die so richtig weit weg sind, muss man das. Ja, beim letzten Mal, äh, ein bisschen Erfahrung mit dem... ...Angeln gesammelt. Und ja, der war tatsächlich nur neun Wert. Wertlose ist etwas. Denken wir auch einfach direkt dran ziehen. Der dürfte aber eigentlich nicht 13 oder so wert sein, so und um den Dreh. Okay, 11. Wow. Der hat mit den zwei Fischen insgesamt 20 geholt. Das heißt, sind wir bei Plus-Minus-Null bei denen. Hurra. Hat doch schon 10 Rubine Profit gemacht insgesamt. Der ist aber auch wieder ziemlich klein. Wahrscheinlich auch wieder neuner. Sieht zumindest so aus. Jo, das ist ein neuner. Ach, dann warten wir jetzt gleich darauf, dass irgendwann mal wieder Fische erscheinen. Na komm, beiß an. Danke. Ach, hier. Der ist schon ganz weit weg gewesen. Von der 21. Nur ein bisschen zurück mit dem Einfahren, wenn er zieht. Yay, und dafür kriegen wir wahrscheinlich Nummer neun. Ja. Okay. Damit sind wir wieder ein größerer, und dann kriegen wir ein paar mehr Rubine. Und das ist auch ein großer, großer. Ein großer, großer Borken. Ah, da ist ein großer, kleiner. Klingt schwachsinnig, ist aber so. Und da war noch ein kleiner, kleiner. So, lang ist glücklich. 70 cm, 23. Wunderbar. Na, aber jetzt ist sowieso wieder nur noch RNG, was für Fische kommen, und ob wir tatsächlich die Fische bekommen, von denen ich bald denke, dass wir sie kriegen müssen. Das würde mich nicht wundern, wenn es hier irgendwie noch einen ganz speziellen, legendären Fisch gäbe, der uns dann irgendwie die letzte Muschel gibt, oder so. Weil wir, glaube ich, bis jetzt nur eine Muschel in dem Minispiel hier gewonnen haben. Und wir haben definitiv mehr als eine Muschel aus dem Kran-Minispiel geholt. Von daher würde ich mal davon ausgehen, dass es hier tatsächlich auch mehr als eine gibt. Weshalb ich auch hier bin. Weil ich davon ausgehe, dass wir hier noch was gewinnen können. Nehme ich unsere letzte Muschel. Ich bin immer noch gespannt, was uns die 50-Muschel-Belohnung eigentlich gibt. Könnte ja die Komet-Figur sein, die uns irgendwie noch fehlt. Wobei es komisch wäre, wenn wir bis jetzt alle Figuren aus dem Kran-Spiel geholt haben. Wäre schon ein bisschen merkwürdig, aber... Wer weiß, vielleicht gibt es die Komet-Figur im Kran-Spiel ja auch erst, nachdem wir das Spiel durchhaben, und dann irgendwie einfach weiterspielen, oder so. Das wäre irgendwie auch sehr Zelda. Post-Game-Content. Du kannst eine weitere Figur aus dem Minispiel holen. Oh, danke, dass du mir nur kleine Fische spawnst, übrigens. Danke, RNG. Alles nur kleine Fische, die mir alle nur sehr wenig Geld bringen. Yay, plus eins. Juhu. Und der wird wieder minus eins sein. Das sehe ich doch schon. Ja, komm mal an. Ja, der da unten sieht zum Beispiel neu aus. Da ist ein kleiner Fisch gefangen. Der ist elf wert. Oh, der ist tatsächlich mehr als neun wert gewesen. Joach, das da unten, würde ich doch mal sagen, sieht anders als andere Fische, die wir bis jetzt gefangen haben. Du musst es natürlich jetzt auch sofort anbeißen. Oh, pestliches, kleines Mistfähig. Na gut, im besten Fall ist es irgendwie 13 wert, oder so. Da können wir jetzt ein bisschen minimalen Profit. Joach. Dann wollen wir weiter angeln. Einfach ein bisschen kürzer, als ich das wollte. Bitte, Rota, beiß nicht an. Bitte nicht. Indurier den Köder. Indurier ihn. Er wird zubeißen. Wenn man dann einmal nicht will, dass er zubeißen, ne? Dann beißen sie alle an. So, ein kleiner Fisch gefangen. Nochmal 13. Ich werde fest davon ausgegangen, dass er von links ein Fisch kommt. Und sofort in den Köder reinbeißt. Apropos. Ignorier ihn, bitte. Bitte ignorier ihn einfach. Danke. So, du großer blauer Fisch. Was hältst du von meinem Köder? Okay, du bist jetzt also gar nicht für. Jetzt interessiert er sich. Mhm, mhm, mhm. Beiß ja, warum wir mal an. Ja, tut er. Ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass ich bei dem vorsichtig sein muss, was das Rückziehen angeht, während er zieht. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall komplett loslassen. Sonst habe ich meine Leine gerissen. Hm, ich bin nicht gut im Button meschen. Ich war noch nie gut im Button meschen. Okay, aber den haben wir trotzdem wunderbar gefangen. Sehr schön. Langseppi. Oh, viele Leute behaupten, sie hätten den Herren des Teiches einen Haken gekriegt. Ah, du hast es wirklich geschafft. 145 Zentimeter. Ach, ein ganz großer. Sauber gefangen. Hat man da Worte? Für den verdienst du satt 100 Rubine. Na nu? Hat der Herr des Teiches einen Maul? Hey, das ist ein Kammerstein. Cool, ich hatte irgendwie auf eine Muschel gehofft. Na, das erste Mal, dass du einen in der Größe fängst, was? Na, da gibt's ja der Mann, das ist eine Zaubermuschel. Ah, da krieg ich meine Zaubermuschel. Ja, okay. Danke. Da haben wir unsere 50. Zaubermuschel. Ja. Äh, nö. Da bin ich nicht mehr interessiert, was du noch zu verkaufen hast. Selbst wenn du Blooper hast, die sind mir jetzt egal. Ich hab meine Zaubermuschel. Das ist alles, was ich wollte. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hatte gehofft, dass es da eine gibt. Und es gibt da auch eine. Und dann bin ich damit glücklich, dass es die gibt. Ich hab übrigens auch immer noch das Gefühl, dass ich irgendwo einen Teleporter verpasst hab. Dass so die ganze untere linke Ecke komplett ohne Teleporter ist. Das ist irgendwie schon ein bisschen merkwürdig vom visuellen Design her. Also muss ich noch den Kammerstein kaufen. Hier soll doch genug Rubin haben. Aber was kriegen wir denn jetzt? Was kriegen wir denn jetzt? Als 50er-Belohnung. Du hast jedes Geheimnis entdeckt. Die Zaubermuscheln in deinem Besitz sind der Beweis seiner Hartnäckigkeit. Möge das Glück dir stets Holz sein. Meine Aufgabe ist erfüllt. Cool. Oh, es regt eine Rubine. Das ist schon mal nicht schlecht. Ein paar Rubine zu kriegen. Und hier drin kriegen wir... ...nen Kammerstein. Hurra. Ich kann mich gar nicht zurückhalten mit meiner Freude. Okay, dann nehmen wir unsere Rubine und kaufen den neuen Kammerstein. Und dann werden wir mal noch bei Boris schnell vorbeischauen, um mal zu gucken, was das für Kammersteine sind. Denn wir können ja aus irgendeinem Grund, obwohl wir ein verdammtes Menü dafür haben, unsere Kammersteine anzugucken, können wir ja leider nicht. Dann in die Kammersteine selber reingehen und gucken, was die Ausrufezeichen denn sind. Das wäre ja irgendwie zu einfach oder so. Ja, also das ist keine besonders gute 50er Belohnung, sind wir ehrlich. Da war das Kokolinschwert mal eine bessere Belohnung für 100% an Muscheln. Deutlich. Ach, da geht mir den Kammerstein her. Ja, 1280 Rubine. Vielen Dank und bis bald. Ja, Kammerstein da halt. Fühlt sich irgendwie unheimlich an. Weiterhin. Und dann schauen wir doch mal. Das ist doch jetzt bestimmt ein Neuer drin, oder? Den ich dann nicht holen werde. Natürlich. Und natürlich nochmal 1280 Rubine. Selbstfreilich. Wie könnte ja auch irgendwas anderes kosten. Ja. Dafür sind dann, glaube ich, die Borgs-Herausforderungen da, wo man dann jetzt jedes Mal 300 Rubine wahrscheinlich für den Abschluss bekommt. Und auch jetzt, was soll er einem noch geben am Ende für das Abschließen aller von seinen neuen goldenen Herausforderungen? Im besten Fall, das meine ich noch sehr sarkastisch, im besten Fall einen Kammerstein, was er da einem noch für geben kann. Denn wir haben alle Muscheln, wie das Spiel selber gesagt hat, wir haben alle Herzteile, wir haben ein Level 2 Schwert, wir haben ein Level 2 Schild, wir haben ein Level 2 Kraftanband, wir haben ein Level 2 Rüstung. Ansonsten haben wir halt alles. Deshalb, ich wüsste nicht, was er sonst noch großartig geben soll. Ah, gehen wir uns die Kammersteine zumindest mal kurz ab. Oh, Gesellschaft ist mir immer willkommen. Aber du hast ja einen neuen Kammerstein, dann lass ich mich schnell für dich deine Kammer ausmachen. Ja, mach mal bitte. Gib mir mal Kammern. Tada, Lang freut sich. Du hast den Plus, der fängt Rubine erhalten. Dann werden die ihn auf eine Kammer an, um es dort Rubine regnen zu lassen. Ich schätze mal, dass das, das von der, ähm, äh, von der Dingens war. Äh, von den Muscheln, würde ich jetzt auch mal schätzen. Ich bin den Schildbogen verschwert. Kann ich hier irgendwie einfach, boah, ein freies Leverant, ja, ohne es zu sprechen. Ich will einfach nur sehen, was es für Kammern sind. Okay, keinem neuen Eingang, keinem neuen Boss, äh, hier auch nichts Neues drin, hier auch nichts Neues drin. Hier ist was Neues drin, aber das wird wirklich aus dem Dungeon schon gewesen sein. Ähm, muss man die, ne, hier hat man tatsächlich eine Treppe. Wie praktisch. Äh, hier haben wir noch einen neuen Raum. Der wird aber auch aus dem Dungeon sein. Den könnten wir gerade neu gekriegt haben. Entweder vom Angeln oder vom Einkaufen. Äh, der ist neu. Ja, und die Plus Rubine sind neu. Ja, okay. Okay, also jetzt nichts superinteressantes, um mal ganz ehrlich zu sein. Na, beenden. Na, ja, zurück zum Menü. Aber da könnten wir jede Menge Rubine farmen, wenn wir das wollen. Das ist gut, dass wir das Ding einfach gespeichert haben. Ansonsten, ja, wie gesagt, werden wir mal früher oder später hin zurückkehren, um, äh, ja, dann als Bonus-Episode die Herausforderung mal zu machen. Einfach nur Just-So-Fansies. Ich weiß auch nicht, ob ich die direkt im Anschluss an das LP mache oder vielleicht irgendwann mal. Mal schauen. Äh, denn so richtig Bock habe ich ganz ehrlich gesagt nicht auf die Herausforderung, aber irgendwie gehören sie dann ja doch dazu. Äh, aber jetzt, wo wir, äh, alle Muscheln, alle Herzteile und auch sonst alles gesammelt haben, äh, würde ich sagen, wird es Zeit, dass wir mal einen gewissen Handwindfischbecken gehen, ne? Es wird Zeit, dass wir auf den Tamaranch-Berg klettern, uns das Ei anschauen und spielen. Und wir können- Untertitelung des ZDF, 2020 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 natürlich kann auch der und wollen und das können wir mit dem schwert anscheinend überhaupt nicht zurück schlagen kannst du auch von blue balls zu schmeißen so auch schon besser wo sie hier sind wir nicht in der linken gefahrt bin ich nicht richtig drüber gesprungen meine reaktionszeit war offensichtlich nicht mehr die beste schon besser okay die formen auch besiegt sehr gut das war jetzt eine kugel was kommt als nächstes als nächstes kommt die fieseste form von allen das ist molldorm die molldorm form die vor allem verdammt schnell wird so erledigt jetzt bist du kein molldorm mehr was bist du als nächstes also jetzt bist du gerne okay ok den fiedermäusen kann man nicht einfach mit dem magischen schild da vorne da vorne stehen und abwehren ok mehr fiedermäuse dann schmeißt du mal deinen komischen start wie soll man den dvd ausweichen und warum kann ich die muss das dinge die ganze zeit irgendwo hinten in der ecke landen wo ich nicht drüber springen kann das ist absolut nicht in ordnung ok weiß ich irgendwas müssen wir es ja anfangen zu probieren aktuell werte ab dann brauchen wir unsere feder kampf läuft insgesamt nicht so richtig gut ja aus irgendeinem grund können wir sich mit dem schwert keinen schaden machen magie auch nicht dann wobei anders versuchen müssen ich glaube nicht dass irgendwas getan hat also pfeile sind es auch nicht ich habe die pfeile durch die pfeile ersetzt die feder ersetzt weil ich vom pfeil haben wer auch wirbeler takten funktionieren nicht ich bin extrem verwirrt Prozent dann wenn man versuchen auch wenn es ein optionales alte müsste es nicht funktionieren sollte auch der boomerang tut nichts dann haben wir noch ein enter haken und noch karine und ich glaube das war's an gegenständen wir benutzen können es sind die bomben haben tatsächlich was getan ich habe einfach nur nicht gesehen ähm äh ich muss grad sagen muss er hat ausprobieren ne enter haken tut auch nix okay dann bleiben für mich eigentlich nur noch die beiden weil ansonsten wüsste ich nicht was wir tun sollen Das heißt, wir müssen das Lied spielen, um den irgendwie angehörter zu machen. Das hat nicht funktioniert. Dann gehen wir davon aus, dass wir irgendwie tatsächlich Bombenpfeile benutzen müssen. Vor allem bin ich extrem verwurz, was zum Teufel sonst sein soll. Ich glaube nicht, dass das irgendwas tut. Aber wir haben jetzt alles ausprobiert, außer Puder vielleicht. Aber warum sollte gerne gegen Puder anfällig sein? Ich mach erstmal ganz schwer nach vorne hin. Au. Nee, Puder ist auch nicht. Ich bin verwurrt. Nichts, was ich ausprobieren, funktioniert. Die Schaufel kann es nicht sein, das Ding macht keinen Schaden. Die haben alle nicht funktioniert. Feine Bogen hat nicht funktioniert. Bomben funktionieren nicht. Autsch. Ich muss vielleicht was Blut machen. Kann man auch nicht. Au. Au. Dem Ding auszureichen ist viel schwieriger als es sein sollte. Okay, ich bin wirklich enorm verwurrt. Was zum Teufel wir tun sollen. Müssen wir vielleicht seinen Kopf angreifen? Muss ich irgendwie hochspringen und ihn damit angreifen? Das ist das einzige, was mir sonst irgendwie noch einfallen würde. Aber auch das funktioniert nicht. Okay. Mal vielleicht hochspringen und Pfeile schießen. Irgendwas muss ja funktionieren. Wir werden ja keinen Boss gebaut haben, der unbesiegbar ist. Okay, das ist es auch nicht. Na, vielleicht springen und Magie. Irgendwas muss doch funktionieren. Au. Das war dämlich von mir da rein zu laufen. Okay, das ist doch auch nichts. Aber also gar nichts. Äh. Wir können nicht springen und Bombpfeile machen. Wir können theoretisch springen und den Endhaken benutzen. Na, warum sollte es springen und Endhaken sein? Niemand weiß es. Vor allem kann ich den Endhaken im Sprung nicht benutzen. Also kann es das auch nicht sein. Äh. Springen und Bumerang. Vielleicht keine HP mehr. Ansonsten habe ich noch springen und Puder. Und äh. Springen und Wirbelattacken. Das ist dann noch das andere Beste, was ich noch habe. Dann schmeiß ich mal hier oben hin, deinen Speer. Okay, das tut auch nichts. Dann. Kann ich Puder nicht im Sprung einsetzen. Also kann es das auch nicht sein. Äh. Ich könnte noch gegen den Gegend dashen, aber das wird wohl auch nicht funktionieren. Ich habe alles jetzt im Sprung ausprobiert. Ich kann hier nichts hochheben. Ich kann nicht schwimmen. Okay, das mit dem hochspringen und Wirbelattacken funktioniert. Hey, das ist also das letzte Lösung. Das ist nur nicht ganz so einfach. Ich finde es ja nicht an hier ranzukommen. Vor allem wenn er da steht, ist es immer blöd seinem Speer jetzt auszuweichen. So, wunderbar. Das hat endlich funktioniert. Hat auch lange genug gedauert. Springen und Wirbelattacken. Da muss man auch erstmal mitrechnen, dass es das ist. Okay, so boomerang funktionieren. Die Phase ist enorm einfach, wenn man boomerang hat. Anscheinend. Und jetzt hat er noch, äh, Duster im Angebot. Äh, wofür wir, soweit ich mich erinnere, Duster brauchen. Au. Ich wollte nicht in ihn reingesprungen sein. Das war nicht Ziel der Sache. Äh, ich komme die ganze Zeit mit meinen Knöpfen durcheinander. Kommt davon, wenn man andere Spiele auf und an nochmal spielt. Au. Wo in der Sprung, äh, Springenknopf, äh, immer fest, irgendwo anders drauf gelegt ist. Ich habe mich gerade versucht, äh, ausweichend Button zu drücken, den es in diesem Spiel nicht gibt, überraschenderweise. Gibt hier keine Ausweichrollen. Äh, so weit, so gut. Jetzt fangen an, die, die Dinger fangen an, jetzt in unterschiedlichen, äh, Richtungen. Ne, nicht in unterschiedlichen Richtungen, aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, äh, zu schwingen, sodass sie sich woanders treffen als ursprünglich. Und das war's. Das war zumindest ursprünglich, glaub ich, mal die, die letzte Phase. Äh, die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt. Unsere Welt. Und da ist er explodiert. So, ich hätte mich besser anstellen können. Ja, wer kann auch, äh, erraten, dass man, äh, Wirbelattacken gegen den Krupp machen muss. Also wirklich. Wahrscheinlich jede Menge Leute, nichtsdestotrotz. Long, du hast alle Albträume besiegt. Folge der Treppe nach oben. Komm. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir der Treppe nach oben folgen und, äh, uns an die Credits anschauen, machen wir tatsächlich nochmal eine kleine Pause. Denn es ist schon verdammt spät geworden und ich will es nicht noch später werden lassen. Außerdem gehe ich mal davon aus, dass wir Postgame noch Zeugs zu tun haben, bevor wir in die, äh, reinen, äh, Boris Bonus Folgen reingehen. Von daher machen wir hier einfach eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns das Ende des Spiels anschauen. Bis dahin. Äh, Lua.